So Freunde und Reaktion, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Link's Awakening DX. Ja, wir sind im zweiten Tempel der Jyn-Grotte. Achso, das sind die wieder, die ich mit dem Schild, glaube ich, anstupsen muss, ne? Ah, Mann, du starkes Gesicht. Ich hab gerade A gespammt, aus Angst. So, okay, ich hab ja noch einen Schlüssel übrig. Machen wir einfach. Wir dringen erstmal voll vor, wir können ja auch einfach mal... Na, wir haben die Map nicht. Wahrscheinlich hätt ich die Map schon längst haben können. Ich weiß, dass es zu schwer ist. Okay, die kann ich aber auf jeden Fall. Moment. Können wir mal dat machen? Genau, fahren wir vorbei, Kollege. Oh. Oh, war das knapp. Okay. Wieder eine, zwei... Ich hasse meinen... Gott, ey. Ich vergesse immer, die scheiß... ...Greipfeder wieder auszurüsten. Also, die Kombi ist halt schon... Die brauchen wir, glaube ich, am meisten hier. Schwert und Sprung. Ach, schöne Sounds doch. Okay, da kann ich wieder... Jetzt muss ich wieder wechseln. Das heißt, gleich wird wieder irgendwas passieren. Oh. Ich hab... Entschuldigung. Panik bekommen. Merkt man vielleicht. Okay. Bringt aber gar nichts. Außer das Herz. Aber das hätte ich schon ganz gerne, to be honest. Wieder dunkel. Egal. Diese... Alter, das ist ein... Pinox, oder? Glaub schon. Kennt man, unter anderem aus Breath of the Wild, wo man 50 Stück davon platt machen muss. Habe ich im Livestream gemacht. Ja, ja. Einfach noch Zeiten. Okay, damit würde ich jetzt wieder an den Anfang kommen. Ich glaube, das will ich sogar bald, weil... Irgendwie bin ich jetzt... Pass mal auf, wir machen das mal. Am Anfang gab es ja auch noch was. Da war bestimmt irgendwo die Karte drin. Obwohl... Ich hätte... Vielleicht hätte ich doch weitergehen sollen. Da gab es bestimmt das Item. Ach, warte mal. Das machen wir auch mal eben. Entschuldigung. Unentschlossenheit. Deluxe. Ach, das funktioniert gar nicht. Doch. Ich stand nicht wirklich drin. Gibt es bestimmt das Item. Bald. Nach dem Zwischenboss gibt es das ja eigentlich. Zumindest in den alten Sädern spielen. Ja, ja. Okay, gehen wir jetzt nach oben oder gehen wir die Treppe da rein? Gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Ui. Ui. Was war... Okay. Die Karte. Was war das? Die Karte nehme ich auch gerne. Ah, ich hätte schon gerne das Item. So, was haben wir denn hier überhaupt? Ah, ja. Okay, und da ist der Boss. Okay. Komme ich... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir machen erstmal weiter, ne? Ähm. Frage ist... Habe ich noch einen kleinen Schlüssel übrig? Nö. Äh. Okay, das heißt, wir kommen erstmal nicht weiter. Das heißt, jetzt darf ich wirklich umdrehen. Ah, gut, dass ich nochmal einen... noch zufällig gemacht habe. Okay, wir können natürlich... Ne, wir können da ja gar nicht rein. Brauchen wir auch dafür das Item. Okay. Ah, ist schon cool. Doch, ich mag die Dungeons auf jeden Fall. Äh, aua. Das heißt, ich weiß nicht, wie es hier dunkel ist, aber man eigentlich immer noch genug erkennt. Hm. Scheiße. Äh, Kollege, wäre voll nett, wenn du mir... Nicht auf den Sack gehen würdest. Und mich hier einfach... Fuck you. Was ist denn los? Ähm. Trinkt auch nichts, wenn ich das hier... Ne, mache, oder? Ne, irgendwie nicht. Äh. Na gut, vielleicht muss ich einfach... Warte mal. Muss ich einfach mal den hier machen. Komm mal ganz an den Rand hier. Und jetzt... Äh. Dankeschön. So. Äh. Ich brauche den hier wieder, ne? Hey. Cool. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Okay. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse mich vor allem. Weil es mir nicht merken kann. Ich verreckt gleich wieder. Ich bin doch... Noch bin ich nicht verreckt im Tempel. Ich bin ja schon stolz auf mich ein bisschen. Doch. Wieso komme ich da nicht nach rechts? Achso, weil ich die... Geräte erstmal wieder anmachen muss. Das heißt, gleich fahre ich wieder einmal in die Luft, weil ich vergesse es wieder zu wechseln. Machen wir es doch gleich jetzt. Gab es denn hier noch mehr Wege, die ich gehen konnte? Ja, das da konnte ich noch wegmachen, glaube ich, ne? Vielleicht tot. Wie man mich kennt. Tot. Der Pillberger ist auch wieder da. Ja, ey, selbst wenn ich ein Schwert in der Hand habe. Na gut, das bringt mir eh nix. Ach toll, da komme ich jetzt. Oh, das ist ja stressig. Das heißt, ich muss... Ne, warte mal. Das ist ja jetzt allgemein voll doof gelaufen. Ah, da unten ist noch eine Truhe angeblich. Achso, aber dafür brauche ich das... Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Merkt man vielleicht. Zurück komme ich ja auch nicht. Hier. Also ich muss irgendwie von hier weitermachen. Ah gut, ich kann natürlich die Startrace einmal aktivieren. Ach, diese schwebenden Herzen füllen alle auf. Das ist ja nett. Was sagst du mir? Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Okay. Okay. Ich weiß nicht so ganz, wo das sein soll mit dem Skelett und dem... Rettritter und dem Hasen, so schwer vergessen. Also hier kann ich definitiv nix machen. Peile ich nicht. Ich kann mich ja irgendwie nur in... ...zwei Räumen bewegen, weil ich jetzt... ...das Zeug da falsch gemacht habe. Hm. Weil hier komme ich definitiv nicht weiter. Hm. Hm. Hat sich hier irgendwas... Nein. Offenbar, dass ich ihn besiegt habe. Oh nein, wir müssen so machen. Nö, außer die Truhe gab's nix. Ja, ich muss nach rechts weiter. Aber da ist ja das blaue Zeug jetzt im Weg. Da komme ich ja nicht mehr rüber. Hä? Okay, das ist ja jetzt echt verwirrend. Irgendwie keinerlei Optionen mehr. Ich gebe es hier noch irgendwann, wenn ich das Zeug hier anmache. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Ja, Leute, wir haben irgendwie ein Problem. Ich komme nicht weiter. Vielleicht muss ich... Warte mal. Yolo. Oh. Das war lustig. Vielleicht muss ich einfach mal... Pass mal auf. Ah, wieder raus. Wieder rein. Vielleicht sind die blauen Dinger dann resetet. Ja, ja. Wenn du wolltest. Ist okay. Weiter auch kein Zauberpulver mehr hier. Ich habe keinen unendlichen Vorrat davon. Ah, tatsächlich. Okay. Ah, das ist ein bisschen doof. Hätte man ja nicht mehr machen können. Okay, jetzt komme ich hier auch weiter. Das ist nett. Das heißt, hier kann ich mich nochmal richtig umgucken. So, wie war denn das jetzt? Wo war ich und wo war ich nicht? Moment, war ich überall. Okay, da war ich offiziell noch nicht. Ach, hier ist ja auch der Schlüssel gespawnt, ne? Stimmt. Ich verstehe, okay. Ich verstehe. So, hier muss ich wieder hier. Moment. So. Genau. Das Gerät da nämlich. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich zurückspringe, dürfte er nicht resetten. Hoffe ich. Sonst kann ich nicht stressig. Ach so. Äh, ach so. Ja, doch. Ich habe ihn festgebackt. Sehr schön. Schlüssel. Und damit komme ich jetzt nämlich da hinten weiter. Hä? Äh. Hast du mit zu sagen? Ich denke, die Bodenplatten in denen wir da und scheitern uns. Ne. Okay, wir müssen ja auch dran denken. Zuerst den Hasen und dann den Skelettritter. Ja? Wann auch immer das relevant wird. Keine Ahnung. Aber irgendwann mal. So. Jetzt kommen wir hier weiter. Denn. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Äh. Was ist das? Ja, da ist Wind. So. Da kommen wir jetzt nämlich rein. So. Das Ding, da würde ich mich trotzdem gerne mal schnappen. Ich habe nicht mehr viel davon. Äh. Wie viel Geld, ne? Was los? Okay. Okay. Ich kann es bedenken. Einmal Licht. Aha. Ach so. Ist ja noch ausgerüstet. Ich dachte gerade, ich wäre dann weggelegt. Okay. Der andere hat sich einfach verpiss. Auch okay. Super. Du hast ein Croissant erhalten. Nein, das Kraftarmband. Damit kannst du Steine und Vasen heben. Okay. Ich habe gerade überlegt, wie wir das jetzt weiter angehen. Aber, ähm. Ach so. Das kann man auch noch verstärken. Okay. Ah, okay. Man muss so komisch. Einmal nach hinten ziehen. Hör. Das ist okay. So. Okay. Ich muss immer oben weitern. Fuck you. Wir können ja am Anfang noch die Truhe holen. Aber ich denke mal, das ist etwas Optional. Das kann man ja ganz am Ende machen. So. Schwupp. Ähm. Ah, okay. Warte mal. Ich kann doch erstmal hier. Tadadada. Hier kann man auch einfach hier direkt weitergehen, oder? So kann man nicht. Obwohl man kann. Zack. Nett. Nett. Aua. Ich will ihn eigentlich besiegen. Damit er. Geh mir doch nicht auf den Sack. Du. Keine Güte. Schatz. Ja, ich bin glaube ich tot. Quasi mal wieder. Ja, auch schon lange her. Ey, die droppen auch nichts, ne? Das Spiel gönnt einem nichts. Ah, da kommen wir unten nochmal zur Truhe. Ah, okay. Zuerst den Hasen und dann den Fellberger. Nämlich scheiße, wenn man gleich tot ist, ne? Hab ich denn noch einen Key? Ja. Wie komm ich denn? Ah, okay. Okay, Hase, führte mich. Wenn dir. Das lag nur daran, weil dieses alte Scheiß, wie ich mir einfach permanent auf den Sack gehen wollte. Ne, warte, ich hab das, äh, ich hätt's mal eben holen können. Machen wir mal eben. Hm. Na gut, 50 Robile sag ich auch nicht schön. Au, hölölöl. Sag ich auch nicht schön zu. Bei der Schönstand, hab ich das gerade gesagt. Doch, sehr schön. Ich möchte eigentlich den Tempel schon ganz gerne hier noch abschließen heute, ne? Das ist schon so in meinem, ah, stimmt, hier können wir auch lang. Mal gucken. Oh, Piranha-Pflanzen. Kreativ. Aua. Ich wär zu gern da raufgegangen. Muss ich auch. Belastend. Ich glaube, es ist auch das einzige Zelda-Spiel mit so einem 2D-Abschnitten. Aber es gab ja den keinem anderen. Aber ich kann mich jetzt auch hören. Ah, okay, jetzt sind wir direkt hier. Okay, wie, wie funktioniert das, wenn ich mal fragen, da... Moment, ich hab schon startgerückt, ne? Ohne Scheiß. Aber vielleicht kann man damit irgendwie... Ne. Lass mal auf, dann töte ich den erstmal. Ich weiß, ich soll ihn nicht töten, aber das kann man ja resetten. Dann kann ich hier mal in Ruhe gucken, wie man das öffnet. Ah, ah. Okay. War jetzt nicht so komplex, Leer und Fräse. Dann darf der mir aber nicht auf den Sack gehen. Oder sollte nicht. Okay. Ich weiß, ob das schon reicht. Nö. Ich bin echt tot. Oh, geh mir doch nicht auf den Sackspiel. Ich glaub, wenn man, ähm... Jumbas... ...am Kopf läuft, kriegt man Herzen. Leck mich am Sack. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn... Okay. Erstmal... Oh! Okay. Wenn ich erstmal verkacke. Ich hasse mein Leben, weil ich bin dumm und scheiße. Ich find's ganz nett, ich kann da... Ach, jetzt ging's nicht, ne? Och, komm, ey, Spiel. Geh mir doch einfach nicht auf den Sack. Warum muss ich mich spornen? Alter! Mein Gott, diese 2D-Abschlüsse sind nervig. Aber wie besiege ich denn den Hasen? Oder was muss ich generell mit dem Hasen? Dann muss ich den ja gar nicht besiegen, aber... Was muss ich da tun? Muss ich ihn damit bezürzen oder so? Nö. Meils nicht. Besiegen kann ich ja den Viech nicht. Warum sollte ich... Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab auf den scheiß Hasen geachtet. Boah! Ich bin echt zu hart, zu dumm für das Spiel, ne? Das ist schon hart. Ey, ich pay das nicht. Wie... Wie sehe ich das Fickviech da? Kann doch nicht sein. Wie hab ich das Viech denn gedötet? Keine Ahnung. Wir haben aber nicht ein Büchel, ne? Was muss ich da tun? Ich verstehe ja nicht. Oder muss ich... Ah! Ja, natürlich. Okay, ich hab's, glaube ich. Ich muss wahrscheinlich abwerfen. Ja! Jesus! Nicht doof. Hä? Warum... Warum jetzt... Warum tust du mir das anspielen? Muss ich jetzt erstmal die scheiß Fledermaus wegmachen? Oder was ist da los? Darüber wurde mir nichts gesagt. Was willst du von mir spiel? Zuerst den Hasen, dann den Ritter. Natürlich sehr nett, wenn auch einfach eine Fledermaus mit da rumzieht. Und... Mir keine Ruhe lässt. Vielleicht so rum. Ja, danke. Wurde mir keiner Silbe gesagt. Endlich! Mit dem großen Schlüssel! Lassen Sie sich verstecke der Endbosse öffnen. Eieieieiei. Entschuldigung, aber der Tempel macht mich ein bisschen fettig. Es waren ein paar Sachen dabei, die einfach fies sind. So, muss man kurz die Karte checken. Okay. Wir haben definitiv alles. Hier war auch nur der... Ah. Ah, komm, bleib mir gestohlen. Weiter nach unten. Weiter nach unten komme ich hier. Von hier aus nicht, ne? Irgendwie nicht. Muss ich auch von der anderen Seite weiter nach oben. Habe ich noch einen kleinen Schlüssel? Nee. Hab's noch gesehen. Boah, das war ein Skillshot. Lass mich aber durch. So. Dann sind wir nämlich... Halt die Fresse! Halt einfach deine Fresse, Link! Hör auf damit! Oh. Wo sind wir denn jetzt genau? Nee, das ist ja irgendwie falsch. Nur auf die andere Seite. Boah. Gucken wir einfach mal von der anderen Seite. Wo mich mein Glück hinführt. Toll. La la la... Ist schon ein bisschen nervig, tatsächlich immer wieder alles neu machen zu müssen. Ja, komm. Bleib mir. Bleib mir gestohlen. Ich geh aber mal weiter. Achso, da war nur das. Okay. So. Hehe. Immer schön mitnehmen, das Zeug. Äh, ihr seid mir auch egal. Äh, ja. War ich hier noch gar nicht vorher? Achso, da hat sich das geöffnet, ne? Aua. Pff. Aber wo komme ich dann raus? Bin ich hier irgendwie... Warum bin ich dann nicht weitergegangen? Ich werde es gleich weitergegangen feststellen. Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei, aber ich will jetzt den Scheiß-Tempel hier noch fertig machen. Geht ja so nicht hier. Höh? Warum bin ich jetzt... Okay. Entschuldigung. Alter, du hässliches Drecksviech, ne? Okay, ich habe keinen Plan, wie ich zum Boss komme. Das ist natürlich auch wieder super. Haha. Boah, das Spiel geht mir echt krass. Also der Tempel geht mir echt auf den Sack. Der ist viel zu kryptisch. Das wird bestimmt noch viel schlimmer in den nächsten. Ach, ich kann doch einfach rüber springen. Bla, bla, bla. Und lang. Muss ja nochmal. Ja. Meinetwegen auch. Boah, das würde mir bestimmt so viel besser sein, ne? Dass man es nicht mehr ständig wechseln muss und so. Halt die Schnauze. Kann das irgendwie skippen? Ist da irgendeine Möglichkeit? Nein. Muss ja hier... Ne. Entschuldigung. Ich muss da irgendwie nach oben. Aber wie komme ich nach oben? Nein, das habe ich jetzt schon gemacht hier. Das hat ja ursprünglich das Ding gespawnt. Du sagst mir nur das. Okay, Leute. Ich glaube, ich beende an der Stelle die Folge, weil ich habe keinen, nicht den geringsten Peil, wie man hier zum Boss kommt. Tja. Werde ich nachgucken müssen, weil da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Mich da jetzt selber. Das ist mir irgendwie zu blöd. Also bis zum nächsten Mal, ne? Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.